Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin dafür auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel WWE Champions. Ich werde das Spiel mal starten. Ich mache Vollbild rein. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis er geladen ist. Bisher, bis das Spiel geladen ist. Und dann können wir loslegen. Musik ist aus. Ja, nein, die ist wieder. Ah, nee, ist aus. Gut. Bei denen muss ich die Musik ausschalten, weil, was wäre es, Triple H? Weil YouTube sagt, die Musik gehört jemandem. Ja, ist ja auch so. Gehört ja immer den, äh, den Westland. Kampf. Ja, andere Dator. Come on. Okay, dann schauen wir erstmal, ob er gegen den hier gewinnen. Oh, hier ist so viel. Nein, den wollte ich doch gerade kommen. Zeiße. Nichts wäre gerade nichts. Nichts Gutes. Ich brauche Rot-Schwarz-Gelb. Rot-Schwarz-Gelb. Das ist ein Grüner. Ah, komm, nehm mal den. Ah, komm, nehm mal den. Oh, schon wieder ein 4. Bitte lasst ihn nicht sehen. Das gibt's doch nicht. Hier habe ich mich ein Lila nennen. Ich darf nochmal. Cool. Jetzt habe ich ein Roten endlich. Da ist ein Grüner. Rot-Schwarz-Gelb-Rot. Da ist ein Roter. Geld ist voll. Okay. Jetzt kriegt der eins auf der Nuss. Hey, hau mich nicht. Ach, doch. Nein. Den hat er ja gesehen. Verwenden. Ja. Ja. Bam. So. Okay, das. Shit. Stone off. Ja. Schwarz. Ich brauche den 4er. tot. Ich habe das noch nicht gesehen. Ah, da. Rot-Schwarz. Jetzt krieg ich das gleich wieder drüber. Okay. Verwenden. Müll. Jawoll. Nein. Ich habe das noch nicht gesehen. Das Foto war. Nein. Ein Foto. Ah, trotzdem gefallen. Ja, ja. Wie viele Sterne kriege ich? Nein. So viel Leben verloren. Na ja, wir machen. Immerhin. Atlanta, jetzt habe ich den fertig gespielt. Jetzt habe ich auch noch nicht alle Sterne. Das kommt schon. Ich probiere jetzt, in der ersten Liga hier, alle Stände zu holen. Und danach... Och, schwarz, gelb, schwarz. Und danach probiere ich dann... Jawoll. Meine Leute aufzulevellen. Mein Ende. Aber ja, ratzefass jetzt. Jawoll. Und dann fällt mir noch... Ne, oben zwei Sterne. Sonst, das war ja alles, ne. Alle drei Sterne. Da fällt mir noch ein Stern. Gau. Fortfallen. Ja, ab Grand kommt gleich. Ist der besoffen? Du darfst doch nicht besoffen kämpfen. Da kann was passieren entwegen. Rot, schwarz, gelb. Rot. Schwarz, gelb. Mal den erstmal. Schwarz, gelb. Güven. Schwarz, gelb. Schwarz, gelb. Schwarz, gelb. Schwarz, gelb. ist der schon meld das ist schlecht das gibt ja noch zwei Sterne Oh der ist ja noch besser Rot Schwarz Oh hier, der ist gut Nein, das ist gar nicht gut Doch, der ist gut Nein Ich probier's Ich muss den Kameraden Okay Jetzt habe ich alles frei Nein War schlecht Zwei Sterne Zwei Sterne Hm Warte Fortfahren Hm Dann probieren wir mal im Finalkampf Die Restchen in zwei Stellen zu holen Der ist ja noch 500 stark Oh Mein halbes Leben ist weg Gleich will ich auch einen anderen Kämpfer nehmen Schwarz-Gelb Rot-Schwarz-Gelb, Rot-Schwarz-Gelb Ich sehe hier nichts Was für das Was für das Was für das Was für das Die Restchen in zwei Stellen Die Bekämpfer Die Bekämpfer Die Bekämpfer Die Bekämpfer Nie Thomas Schott. Jetzt mach ich ihn kaputt. Jetzt hau ich ihn ein und da. Dann muss ich... BAM! Naja, nur eine gehauen das Fass. Aber er ist schon so gut wie down. Nächste Runde benutze ich meine Fähigkeit. Die schwarze Fähigkeit. Die haben wir noch gar nicht genommen heute. Das erste Mal. BAM! Und... Zack, zack, zack. Ah. Ha. Kommen wir nicht hin. Jetzt halte ich da die gelben frei. Ah. Zwei Sterne. Ah, einer. Shit. Einer. Okay. Ich nehme jetzt den anderen Kämpfer. Ahem. Ahem. Dann gehen wir noch mal zu denen. Er ist gelb. Er ist gelb. Ersetzen. Ähm, wo war noch der Kreislauf? Das ist der, ne? Gelb. Ich brauche auf jeden Fall einen blauen. Keinen schwarzen. Einen blauen habe ich nicht. Da nehme ich... Schanziller. Ah, der ist nicht ganz so stark. Stone. Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. Kampf. Ich brauche gelb, grün, schwarz. Gelb, grün, schwarz. Hm. Du, 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 du. Ach. Damit nicht schwarz, ne, weil der andere schwarze. Und schon voller schwarzer. Dann ist er gleich down. Und... ...und... 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 Verwende Boah! Nice! Nice! Okay. Das war der erste. Und jetzt kommt doch letzte. Wo ist der Boss? Der Endgegner. Der ist gelb. Ich habe grün. Wie war das mit gelb und grün? Das ist jetzt ein... Gelb, grün. Ah! Was ist der? Ist doch ganz cool. Kommt, dann haben wir den 1 over Nuss. Dann haben wir das Terminant wenigstens auf 100% fertig gespielt. Grün. Grün. Und schon kaputt ist er. Boah! Ein Schlag. Und kann man zack. Boah! Manta. Ist alles voll. Easy, easy. Den habe ich mal weggelatzt gerade. Habt ihr das gesehen? Zack, zack. Und dann Lager. Ja. So, jetzt habe ich hier 33... Ne, 33... 33... 30 Sterne von 30. Also, perfekt. Hier fehlen mir noch ein paar Sterne mehr. Aber mehr wollte ich ja nicht kämpfen. Ich wollte jetzt als nächstes meine Spieler, oder die roten Punkte erstmal einsammeln. Schauen, was ich da kriege. Und gucken, ob ich ein paar Leute aufwerten kann. Ja. Kostet alles Geld hier. Mensch. Ich bin ein armer Schlugger. Ich muss schwer arbeiten für mein Geld. Da kann ich das doch nicht für so ein Spiel ausgeben. Mhm. Habe ich... Wie viel X habe ich da? Wo steht das? Ich habe keinen. Okay. Geld... Geld... Oh, ich könnte mal Gold holen. Gratis-Video ansehen. Gratis-Angebote, dass das dann... Wenn du da drauf gehst, kommt eine Seite mit anderen Spielen. Wenn du die spielst, kriegst du irgendwann mal so und so viel Geld. Was ja auch sehr viele machen. Die verweisen auf andere Spiele. Ba 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 ba. Ba ba ba. Komm. Dann war das ganze hier. Oh yeah. Ein Trainingspunkt habe ich gekriegt. Red Dog Bartak. Das bin ich. Also ich bin Red Dog. Oder Red Bartak. Weil der Name Red Dog fast überall schon vergeben ist. Hmm. Hm. Tagesmission, da kann ich zweimal, dass ich abgeschlossen habe, genau das und das, dadurch kann ich dies öffnen, dies öffnen, wie kriege ich die erhöhte Level, okay, machen wir das, Manöver eines Stars erhöhen, ich schaue, Sina, kann ich bei dir nicht irgendwie was machen, ich habe vergessen, wie man ihn zum zweiten Stern verhilft, Manöver, alles auf Max, oh ne, der nicht, Training, hm 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 bei nur den Wrestlern. Levelaufstieg Zack und hier verbessern und was ist das hier ok später erst da habe ich die Nachricht gekriegt 10 rote Trainingspunkte, das ist doch gut Ich bin zwar noch in der zweiten Liga ich möchte wieder raus, ich wollte nicht kämpfen Och Lendo Da war ja klar Och das waren jetzt alle und letzten 20 Punkte da und was kriege ich jetzt 200 solche gelben Diamanten sollen das sein keine Ahnung Was kriege ich für eine Beute Zombie Gucken Das könnte ich holen Möchte aber nicht Null habe ich Null Möhm 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 Division X da habe ich nicht Nix Diamanten. Da habe ich auch nichts, aber Geld habe ich genug eigentlich, weil das anderes Geld so einmissen. Überall brauchst du anderes Geld. Ah, hier, da, da ist es. Fantastisch, Shanzina. Wieviel braucht er für den nächsten Stern? Shanzina, nochmal. Und, nochmal Shanzina? Oh, ne, The Rock. The Rock is cooking. Was kocht der denn? Okay. Hm, das war's. Und, was habe ich hier? Schon wieder anderes Geld. Ja. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's im Frühjahr heute. Tagesziele alle erreicht. Die eine Liga habe ich endlich mal komplett durchgespielt, fertig gemacht. Ich kann jetzt noch einmal kurz nach dem Champion schauen. Nach Shanzina. Wie kann man da hin? Oh, da steht jetzt, ich kann was auflevinen. Ach, das war nur. Ach, das war nur. Ach, das war nur. So, ist jetzt auch auf Max. Wie kann man da hin? Mal. Okay. Zurück. Mal. 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 Ich sag trotzdem, das war's für heute für's erste mal. und dann will ich das spiel beenden, wenn es sich beenden lässt. Darf ich das spiel beenden? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ja, sicher. Okay, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nichts dabei seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.